Hallo zusammen und willkommen zu noch einem weiteren Unboxing von EMK. Heute haben wir ein besonderes exklusiver Münze für euch. Das ist die zweite Ausgabe in dieser neue Serie aus der Royal Australian Pregestetten, der Royal Australian Mint und das ist die Pirate Queen Serie. So die zweite, das ist Ching Shih. Schauen wir hier auf der anderen Seite. Das ist auf einem Solomon Islands Münze und da gibt es die Royal Australian Mint auch und fangen wir an mit dieser tolle Unboxing hier. Erstmal gibt es unser Zertifikat Authentizität Nummer 55 da und das ist 100 Dollar Gold und der Auflage ist auch 100. Wie cool ist das denn? Mano, das ist so ein toller Auflage. Ein uns Gold. Vier neun. Wowza. Schauen wir hier mal auf der Münze. Oh wow. Das ist aber cool. Was für ein schöner Datei da. So da haben wir vorne diese große Schiff. Ein chinesischer Dracker. Wow. Sehr cool. Ching Shih. Ein uns Gold. Vier neun Gold. Und die andere Seite natürlich Königin Elisabeth der Zwei. Solomon Islands. 20 21. 100 Dollar. Heute haben wir ein Bonus. Nur für euch. Das ist die zweite. Das ist die zweite. Das ist auch Ching Shih. Das ist der Silber Version. Und das ist echt cool. Weil der Royal Australian Präger Städten haben zwei andere Motive. Auf der Gold. Das ist ein Dracker. Da ins Wasser. Hinter der Schiff. Und der Silber ist ein schöner Phoenix. Und das ist da oben. Das macht ein kleiner Kreis. Sehr cool. So der Silber. Das ist drei neun Silber. Ein uns. Und das ist 20 21. 2 Dollar. Die Auflage für die Silber. Das ist 10.000. Und wie ich vorher gesagt habe. Das ist 100 für der Gold. Und nochmal. Das ist ein EMK Exklusiver. Sehr cool. Das ist 10.000. Und wie ich vorher sage. Das ist 10.000. Und wie ich vorher sage. Das ist 10.000. Und wie ich vorher sage. Das ist 10.000. Und wie ich vorher sage.